Hallo zusammen, Eizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Lager voller Wappen und Macht. Diese einfach abzugeben bei Lady Vinazian in Ashka Hit an dieser Stelle. Allerdings müsst ihr dafür eine bestimmte Ruhmstufe zuerst erreichen. Und zwar hier die durchtrennten Federn Ruhmstufe 6, verwitterte Vorbotenswappen und Tapferkeitssteine. Das ist diese Quest hier. Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbei schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.